benni kikukuryu von marusaka plus 70 cm also wir messen jetzt nicht mehr das ist schon zu dunkel so 273 weil da haben die wanne ist unten 75 der stößt an also 72 bis 75 cm ist weiblich das wird ein super koi also ist schon super koi aber er ist noch lange nicht fertig der ist makellos und super gut also 75 müsste sein wir messen dann haben wir unten die wanne dann wissen wir es genau das stößt hinten und vorne an für das wanne ist es jetzt leider schon vom licht zu schlecht es dauert so lang weil es gleich dunkel wird toller kai